Hallo, mein Name ist Christian Feneberg von der Contao Academy und in diesem Video stelle ich dir den RockSolid Frontend Helper vor. Du kannst die Erweiterung ganz bequem über den Contao Manager installieren und findest diesen unter Contao RockSolid Frontend Helper und wenn du diesen dann installiert hast, dann zeige ich dir, was du damit tun kannst. Wir befinden uns hier jetzt im Backend meiner Contao Installation und ich wechsle hier zunächst einmal mein Profil und klicke dann auf den Punkt Profil. Wie du siehst, habe ich jetzt zwei neue Einträge und zwar einmal RockSolid Frontend Helper aktivieren. Das müssen wir natürlich machen und dann kann ich noch einstellen, ob der Frontend Helper in einer Lightbox geöffnet wird oder ob es im Endeffekt direkt ins Backend in einem eigenen Fenster geht. In dem Fall lassen wir diesen Haken gesetzt und wir klicken auf Speichern und schließen. Jetzt kann ich ins Frontend meiner Webseite gehen. Ich lade die Seite neu und wie du siehst, erscheinen hier links oben jetzt drei neue Icons. Und was ich jetzt noch tun muss, damit ich den Frontend Helper nutzen kann, ich aktiviere diesen jetzt, indem ich einmal auf diesen grünen Haken klicke. Jetzt ist der Frontend Helper aktiviert und wenn ich mit der Maus über meine Elemente fahre, dann siehst du, kommen jetzt zusätzliche Icons eingeblendet. Und mit diesen Icons kann ich jetzt eben direkt ins Backend abspringen, um meine Elemente zu bearbeiten. Nehmen wir an, ich möchte jetzt diese Headline verändern, dann gehe ich jetzt auf diese entsprechenden Icons und bleibe in dem Fall etwas länger auf dem Bearbeiten Stift, so dass ich auch sehe, dass es eben um das Inhaltselement geht. Denn wenn ich hier jetzt zum Beispiel hingehe, dann wurde zum Beispiel nur der Artikel bearbeitet. Das heißt, wir wollen jetzt das Inhaltselement bearbeiten. Dazu klicke ich auf den Stift. Wie du siehst, wird jetzt sofort mein Inhaltselement in einer Lightbox geöffnet. Ich kann jetzt den Text verändern. Anschließend speichere ich und schließe das Ganze. Und wie du siehst, ist mein Text jetzt schon geändert. Das gleiche funktioniert natürlich auch hier unten bei diesen drei Boxen. Das heißt, wenn ich hier die Überschrift bearbeiten will, gehe ich auch hier wieder auf das Inhaltselement. Ich lösche meinen Text, gehe auf Speichern und ich habe das Ganze bearbeitet. Wie du siehst, ist es hier ein Kinderspiel, die richtigen Elemente zu finden und dementsprechend zu bearbeiten. Natürlich kann ich auch Elemente löschen. Nehmen wir an, ich brauche diese Überschrift nicht mehr. Dann gehe ich hier einfach auf das rote X. Ich bekomme eine Sicherheitsabfrage. Wir klicken auf OK und schon ist dieses Element gelöscht. Das Ganze funktioniert auch bei den News und bei anderen Contao Elementen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel nicht mehr weiß, welches Element hier für diese Navigation zuständig ist, dann kann ich hier zum einen auf dieses Info gehen. So sehe ich auch schon, in welchem Layout-Bereich das Ganze ist und was hier für Templates verwendet werden. Und zum anderen kann ich mit dem Bearbeiten mit diesem Zahnradstift hier eben sehen. Dann komme ich eben direkt in das Frontend-Modul und ich kann auch hier die Einstellung für meine Navigation verändern. Ich kann das Ganze auch bei den News nutzen oder bei meinen Kalendereinträgen. Das heißt, wenn ich hier unten bin und ich gehe zum Beispiel auf meinen News mit einem Bild, dann kann ich auch hier direkt die Inhaltselemente bearbeiten. Oder wenn ich hier in der Überschrift bin, dann klicke ich hier oben auf dieses Symbol mit der Uhr, klicke das an und schon bin ich in meinem News Element und kann dieses bearbeiten. Mit dieser Erweiterung habe ich als Redakteur einfach die Möglichkeit, wesentlich schneller und eleganter meine Inhalte zu finden. Der Frontend-Helper ist nicht nur praktisch für Redakteure, sondern auch für Webmaster, denn so können wir zum Beispiel bei einer fremden Installation relativ schnell herausfinden, was denn hier für ein Element verwendet wurde. Und wir bekommen eben relativ einfach die Informationen, die wir benötigen. Was ebenfalls möglich ist, du kannst mit dem Frontend-Helper natürlich auch die Berechtigungen anpassen. Dann siehst du, dann gibt es hier auch den Rock Solid Frontend-Helper und auch hier kannst du eben einstellen, was der Redakteur überhaupt darf. Nehmen wir an, wir wollen dem Redakteur jetzt nur zulassen, dass er eben die Inhaltselemente bearbeiten kann. Dann aktivieren wir zum Beispiel nur diese Inhaltselemente. Und wenn ich mich jetzt als Redakteur anmelde, das wollen wir auch einmal kurz machen. Ich wechsle zurück ins Frontend und dann siehst du schon, es sind jetzt wesentlich weniger Icons. Das heißt, du kannst einfach jetzt nur noch die Inhaltselemente bearbeiten und nicht mehr irgendwie auf der Navigation etwas falsch machen. Ja, also ich kann diese Erweiterung sehr empfehlen, gerade für Redakteure, die Probleme haben, die richtigen Inhalte zu finden. Ansonsten wünsche ich dir viel Spaß mit dieser Erweiterung und ich hoffe, wir sehen uns bald als Mitglied der Contao Academy.